So Leute, Balance Changes zum 30.11. sind jetzt veröffentlicht worden. Warum die zum Teil geil sind und warum sie zum Teil nicht geil sind, das werden wir hier ein bisschen besprechen. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Alright, hier sind liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schlecht sprechen mit mir, ne Basti. Zu Clash Royale geht's hier auf jeden Fall los. Wir machen natürlich erstmal eine Truhe auf, die ich hab. Leider keine Gratistruhe, aber zumindest eine Silbertruhe. Es wär auch mal geil, hier drinnen eine Legendary Kart zu haben. Die Elite-Barbaren hab ich jetzt locker schon auf Level 9, hab ich aber noch nicht geupgradet. Ja, zumindest ein Gift-Zauber. Der Gift-Zauber, mhm, sind wir ja gleich beim Stichwort. Wir haben hier die Balance Changes in Kurzform, aber ich möchte ein bisschen genauer darüber sprechen mit euch. Und wir werden uns mal einen Kampf dazu anschauen. Und zwar, diesen Kampf hier achtet dann mal auf die Bogenschützen mittendrin. Die waren einfach nur göttlich. Ja, mehr sag ich dazu nicht. So, also die Balance Changes. Als allererstes steht auch gleich der Mega-Minion drauf. Mega-Minion verringert um 6% Schaden, sowie die Geschwindigkeit, die Treffergeschwindigkeit wird um 0,1 Sekunden, ja, verringert. Also erhöht. Er muss also 0,1 Sekunden länger warten, bis er wieder angreifen kann. Und das Ganze war natürlich klar, dass der genervt wird. Mega-Minion hat jeder gespielt. Auch ich hab's in meinem Deck drin. Aber ich find's eigentlich ganz gut, dass es genervt wird, weil ich selbst, ähm, hatte Probleme, das Mega-Minion zu verteidigen, ne. Wenn der Gegner jetzt mit einem Riesen oder so kam, das Mega-Minion, hab ich Probleme gehabt, das Mega-Minion als erstes zu killen irgendwie. Bin ich zu blöd dafür gewesen? Ich weiß auch nicht. Das ist, ja. Also ich denke, das ist ganz gut. Bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Alternativ kann es bedeuten, dass wir wieder die drei Minions dabei haben für drei Elixier. Durchaus eine Idee, ja, ähm, die ja deutlich schneller, die können dann auch das Mega-Minion auf jeden Fall killen. Ähm, ja, außerdem das Mega-Minion, der darf nicht mehr so effektiv gegen den Schweinereiter, gegen den Riesen halt, weil die halt natürlich, ja, macht knapp 16 Schaden weniger pro Angriff. Weil das ist schon nicht wenig. Das ist schon nicht wenig. Kommen wir als nächstes. Die Elixierpumpe. Der Produktions-Speed wird erhöht, Produktions-Tempo, aber die Lebensdauer verkürzt. Also, das ist eine gute Möglichkeit, die Elixierpumpe wieder effektiver einzusetzen, ne. Die wurde ja erhöht und auf sechs Elixier gebracht, produziert jetzt aber schneller. Und das könnte auch dazu führen, dass es wieder ganz andere Decks gibt, denn diese Zep-Bait-Decks und so, die spielen ja alle ohne Pumpe. Wenn die Pumpe schneller produziert, kann man also schneller einen Push aufbauen. Und ja, gerade so ein 3-Musketier-Deck, ne, mit Elixierpumpe, kann ja durchaus effektiv sein. Also, Poison kriegt 10% mehr Schaden, was ich gut finde an sich. Aber ob der jetzt dadurch viel mehr gespielt wird, äh, gespielt wird, sorry, dafür weiß ich nicht. Also, müssten wir schauen, kommt auf das Deck drauf an, was man spielt. Man hat ja relativ viel Flächenschaden in der Regel immer dabei. So, der Tombstone. Ja, da muss ich gerade nochmal lesen, weil ich das erst verpeilt hätte. Also, der Spawn-Speed vom Tombstone wird auf jeden Fall verkürzt. Dadurch kommen insgesamt weniger Skelette aufs Feld. Und das finde ich an sich auch gut, denn, ja, ich habe sehr oft zu kämpfen gehabt, äh, mit meinem, äh, Grabstein gegen, äh, Hawk und Fire Spirits. Und wenn ich nicht gerade mal ein Zepp oder ein Kampfholz dabei hatte, haben die halt meine Defense kaputt gemacht und haben immer noch relativ viel Schaden auf den Tower gekriegt. Somit bin ich vielleicht mal gezwungen, durchaus etwas anderes zu machen. Jetzt hier, achtet mal auf die Bogenschützen, das ist so geil, ist das. Ähm, ist auf jeden Fall gut, wurde ja auch sehr häufig genutzt als Gebäude, könnte wieder dazu führen, dass die Kanone häufiger gespielt wird. Oder halt andere Def-Gebäude. Laberhund, Welpen haben 1% weniger Leben, um, ja, äh, das ein bisschen besser zu balancen mit einigen Grundhauen, ist okay. Was ist jetzt gut? Auf jeden Fall Mega Minion, bringt mehr Abwechslung. Und Elixierpumpe definitiv ist geil. Was finde ich nicht so geil? Ja, der Infernotom hat keinen Nerf bekommen. Ist, gerade, ne, Skelettkram wird schwächer, werden die Leute mehr Infernotom spielen. Aber man denkt halt auch, okay, wenn dann der Elektromagier dann mal kommt, dass natürlich der Infernotom da auch ein größeres Problem kriegt. Deshalb noch keinen Nerf. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht trotzdem noch einen Nerf kriegen wird, ob es nochmal ein anderes Balance Chains gibt. Aber ich glaube, das wird dazu führen, dass es noch mehr Infernotom-Spieler gibt. Und ganz ehrlich, wer findet Infernotom-Spieler geil? Also ich selber habe auch noch nie wirklich mit einem Infernotom gespielt. Ich werde es mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob das irgendwie was bringt oder so. Aber, ja, das sind erstmal alle Changes. Also hier sind sie nochmal zusammen. Meine Maus hängt gerade, aber ist egal. Grabstein Erscheinungstempo verringert. Also deshalb insgesamt, weil seine Lebensdauer halt, ja, gleich geblieben ist, weniger Skelette. Ja, Gift, hm, naja, weiß ich nicht. Also beim Gift kann ich es echt dann gar nicht einschätzen. Aber gut, ich hoffe, es kommen noch ein paar. Ich könnte mir echt vorstellen, dass so ein Drei-Musketier-Deck mit der besseren Elixierpumpe sehr interessant wird. Ähm, ach, hier habe ich zum Beispiel Infernotom. Das Deck habe ich noch gar nicht gespielt. Das wollte ich mal austesten, aber da fehlen mir eigentlich noch zwei Karten, die ich dazu haben will. Hashtag, äh, Grabstein, Hashtag Infernotrachen. Dann würde ich nämlich den Infernoturm rausnehmen. Das wäre ein geiles Deck auf jeden Fall. Aber hier, ne, natürlich das Mega-Minion ist noch drin, Grabstein noch drin. Da müsste man sich noch Alternativen einfallen lassen, aber ich denke, daraus kann man auf jeden Fall was Geiles basteln. So, was habt ihr für eine Meinung zu den Balance Changes? Dann haut sie einfach mal rein, was ihr so denkt. Ich denke, das ist ganz geil, auf jeden Fall ein guter Step. Und ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid da mit dabei, ne. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, Leute, macht euch tschüss und servus. Euer Basti. Abonnieren. Basti. Vielen Dank.